Schaut mal, da kommt Leo, wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug, was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile, Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Leo, der Laster, bringt Teile für ein neues Fahrzeug. Oh, schaut mal, auf der Straße sind auch große Laster unterwegs. Sie transportieren Sand. Leo, baust du auch ein großes Fahrzeug? Und ein schweres, stimmt's? Lade die Teile ab. Fangen wir an. Das Fahrgestell Der Motor Die Fahrerkabine Was kommt als nächstes Leo? Räder? Nun ja, dieses Fahrzeug hat keine Reifen, sondern eine Kette. Oh. Und damit sich die Kette dreht, müssen wir auch noch diese Teile montieren. Und das ist ein Schild. Damit kann die Planierraupe Sand und Erde ebnen. Jetzt sind der Fahrersitz und das Lenkrad an der Reihe. Auspuffrohr und Scheinwerfer. Das ist die erste Kette. Oh. Oh, Leo. Die zweite Kette fehlt. Weißt du, wo sie sein könnte? Aha. Das ist Lifty, der Gabelstapler. Bei ihm können wir sicher eine Kette kaufen. Leo, fahr Lifty nach. Welches dieser Teile brauchen wir für die Planierraupe? Ein großes Rad? Nein. Ein kleines Rad? Oh. Nein. Eine Kette? Hier ist sie. Lifty lädt die Kette in Leos Ladekasten. Dankeschön. Die Planierraupe kann an die Arbeit gehen. Sie muss den Sand ebnen, den die großen Laster gebracht haben. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Planierraupe hat gute Arbeit geleistet. Gut gemacht, Leo!